Hallihallo und Herzen Willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschafts-Semulator 2015 dritter Versuch Wir sind dabei hier meist ächseln für eine große BGA Es leckt Was ist denn das hier? Warum kann man denn hier das Lenkrad nicht runter machen? Was ist das, wenn es Schrott geht? Äh, dann kann ich dir gleich ihm helfen Du musst stehen bleiben Ich bin stehen geblieben Ich zeig dir das gleich mal, ich komm gleich in den Trecker Uuha Manchmal klemmt das Lenkrad, das ist bei ihr sehr hier so Ja, ähm, was ich nochmal sagen wollte Jetzt auch schon zum dritten Mal mittlerweile Ähm, viele haben sich gefragt Ähm, viele haben in die Kommentare geschrieben, in den Videos Äh, nachgefragt, wann es endlich mal wieder ein neues Video kommt Oder mich sogar auf Handy angeschrieben und gefragt Und, äh, ja, heute ist es wieder soweit Wir sind wieder mittendrin Also wir werden auch wieder jetzt ordentlich Videos drehen Auf jeden Fall Konnten eine Zeit lang nicht drehen Beziehungsweise ich konnte eine Zeit lang nicht drehen Weil ich viel am Arbeiten war Wir hatten die große Mais-Hexel-Saison Die jetzt mittlerweile sich schon ein bisschen gelegt hat Ist zwar noch nicht ganz zu Ende, aber Ja, äh, hatte sehr viel zu tun halt Von 8 bis, äh, bis in die Nacht rein halt Und deshalb konnte ich auch sehr wenig aufnehmen Und am Wochenende war auch sehr wenig Zeit Da ich ja auf zwei Arbeitsstellen arbeite Und, äh, ja Da ging halt auch sehr viel Zeit drauf So, aber jetzt, äh, legt sich das Ganze wieder Und wir sind mitten wieder am Rennen hier Verstell So, und... Versteh ich nicht hier Das ist... Das Moppelkotze ist das So, jetzt geht's los So gar nicht, warum kann man denn das Lenkrad nicht runterdrehen Warte, warte kurz, ich... Ich komm da... Darf ich grad kurz kurz... Warte, 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 sonst lassen wir ihn nicht machen Eh, stopp, Falk, stopp aus Alle gehen da hin So, äh, du kannst das, warum... Wie hast du das gemacht? Psss... Äh, du musst einfach auf Leertaste drücken Ich habe auf Leertaste gedrückt, wenn es halt nicht funktionieren Ja, dann wird das manchmal nicht angezeigt 10 Ah! Was hat der denn? Ah, hier können wir auch... Oh, das geht doch mal einen Berg runter, du... Mein lieber Mann, da Luka, warte, ich schläg auch ihm ein Ich muss kurz... Schäger, nicht schwer, das zu erinnern Schäger, nicht schwer, das zu erinnern Äh, da warte ich... Leute, äh, ich fahr nicht fest Das heißt, äh, auf dem Silo drauffahren Ja, wie du fährst, nicht fest Nur zwischendurch, meine ich Hä? Auch so, ich meine So, ich kann jetzt mal mal ein bisschen Dreck ausmachen Ja, ja Oransen anziehen Achso, du... Ich habe noch was angezeigt Wenn Milan morgen online kommt, ist der ganze Mais weg Weil wir jetzt schon mittlerweile das dritte Mal Probleme haben mit der Aufnahme Ähm... Louis, sieht bitte bei dir auch was angezeigt worden Nein, äh... Milan, falls du das Video siehst, nein, natürlich, wir werden... Wir werden natürlich den Mais wieder für dich andrillen, gar keine Frage Wir werden ein bisschen von die Übrigen für dich übrig lassen Äh, wir bringen das auf zwei Hektar hin Äh, wir müssen zum Kuhhof, wir müssen zum Kuhhof, oder? Ja, wir bringen das zum Kuhhof erst Ja, wir haben nämlich den Auftrag von dem Kuhhof gekriegt Äh, die geht Aber nur dieses Feld Ja, der hängt schon mal von dem, was er will Nehmen wir heute so schnell mit, ich mache ein Reißen Boah, ich rieche erstmal schon meine Achsel, Alter, das riecht so geil, Alter, meine Achsel Oh, bitte Alter, ey Nee, das ist nicht so lachen, hier, es gibt auch noch Jüngere, die unser Video schauen Pff, vor allen Dingen will das, vor allen Dingen, vor allen Dingen will das keiner wissen, ob du, äh... Nur weil du rote Achselhage hast Ähm, eine Frage Muss grad der Richtige sagen, warum der es jetzt auch noch abgefahren wird Weil er so x sind... Ey, wie kommt der denn da angelaufen? Habt ihr das jetzt gesehen, wie er da angelaufen kam, wie so ein Rentner? Ich seh, ich guck's mir im Video an Ey, Jake, wir sind ja bei der Rennfahrer beim Exil Ey, Timo, du musst rankommen, Timo kommt dann... Ja, ja Ey, geh mal zur Seite hier Mit 32 Jahren übers Feld Ey, Falk, das geht aber gar nicht durch die Furchen fahren Falk, das geht nicht durch die Furchen fahren Stopp! Das ist doch dumm, was du da Wir sind jetzt 7 Abfahrer, was ist das? Falk, ich will mitfahren, Chef Falk, 32 fahren übers Feld Du weißt aber nichts, wenn du beides machst Und es sagt Jetzt stellst du deinen Trecker auch noch hin, oder was? Ja, ich will mitfahren Äh, Jason, wartest, ne? Ja, ich warte auf dich, natürlich Ja, da muss ich mal ein bisschen beeilen Nils, wir tauschen Äh, Nils, wir tauschen jetzt Ich kann auch gut exo fahren Nils, lass mal jetzt tauschen Warum hab ich jetzt Doppelbereifung an mir? Nils, versau das Video doch da nicht, bitte! Ich fahr jetzt von 10! Ich fahr nur hinterher, weil das ist dann, wenn du über den Herdverlust Ich bin noch nie mal dran Ich fahr nur hinterher, weil das ist dann, wenn du über den Herdverlust Ich bin noch nicht so kindisch Er steigt doch nicht mal ein, bist du eingestiegen? Ja So, der Trecker steht hier bereit Ja, gut, ich komme Kannst du vorne stehen bleiben, bis ich erst da dran bin? Das ist mein Oma erstmal Hat der schon mal Oma Geburtstag? Welcher Trecker? Welcher ist der? Wollen wir jetzt 10 weiter fahren, oder wollen wir jetzt auch mal schneller fahren? Nee, kannst auch schneller fahren 15 Machen wir mal 17 Ach, 18 mal wieder Okay, dann 18 Und die anderen, die abfahren, müssen 70 fahren 17 Und 70 Also mit 10 km h Jungs, sie können ruhig noch stehen bleiben Ich weiß, dass du gleich dran bist, deswegen fahr ich Ja, ich meine, aber sie wie die da Ja, sie wie die da Ja, sie wie die da ist Ja, Jokotan Ja, Jokotan Da wird jemand Bescheid sagen, weil der Steyer, Steyer dran ist Ja Weil ich schweig hier so lange Äh, ich fahr' Ja, du bist doch gerade am Abfahren Ja, so glücklich so Ach, nee Also Da hat man nicht so'n großen Mond Man kann nicht beides machen Das stimmt Dann kannst du auch, in echt kannst du auch nicht In echt kannst du auch nicht Luka, Acht, du ruf, vor Ankommen, dass du keine Scheißen machen Wo ist denn du essen jetzt? Ah Ich steh' hier Wo ist sie hier? Hier, da, der sie gerade fährt Ach, da, ja, mit der ersten Wo seid denn die Acht, dort? Ivo, wenn's leckt, dann fahren wir 32 Außen willst du oder noch mehr Und wenn du leckst Ich fahr' doch nicht Ich leck' doch nicht Ich leck' doch nicht Leck' doch nicht Leck' doch nicht Kind Du bist noch nicht mal dran Du kannst ruhig noch warten Ne Ich stell' mich nur wohin Ob ich mal genäht hinten habe Achso, und falls jetzt viele fragen Mensch, die sind am Meishexen und der Weizen ist schon wieder reif, ne? Naja, wir sind ja hier bei LS, ne? Dann nimmt man das jetzt nicht so eng Ich fahr' doch ab Ich fahr' ab Ich fahr' ab Ja, wer walscht dann? Ja, dann walsch ich, dann lass' ich mein Tränker da erst mal stehen und roll' mich nachher weg Wenn keiner walschen möchte Ja, dann walsch ich walsch erst mal stehen ich wollte ja auch die wer jetzt weil sie schlussendet ob die menschen nicht das auch ebenso stehen bleiben wollte ist doch mal bei der abkennen ein bisschen neuer abkennen auch hier nein meinet ich bin froh Nee, wie du sagst, dass du stehen bleiben willst. Aber trotzdem fasst du mir hinterher wie ein Magnet. Ja, es sieht ja mal richtig gut aus hier am Silo. Wie man sieht. Haha. Wie groß wird er denn noch? Das ist ein Teil der Eichbeer, das ist ein Teil der Eichbeer, der Eichbeer stehen bleibt. Fallkastos wollen, dann bin ich aufgenommen, wo ich zu beschissen gefahren bin. Klar, was ich gelegt habe. Das ist alles mit drauf. Na, sicher, immer. Nur geila, ich warte da mal hier, wieder auf dich. Äh. Falk, beeilen dich. Evo, kannst abhauen gleich nach dieser Reise. Weil was soll ich mich beeilen? Soll ich jetzt abklischen oder was? Ja, du kannst wieder abklischen. Ich denke, du schiebst das erst hoch. Du kannst keinen zweiten Haufen machen. Oh, dann sag das doch mal. Ja, sonst würde ich ja nicht weiter walzen. Ich mag jetzt schon, dass er es wieder gleich so abschneiden würde. Ja, dann komm näher ran. Ja, ich muss ja auch... Devin, warte doch mal irgendwo, du bist doch nicht dran. Da dauert bis zum Dreiecks auf alle. Wir waren da so mal STRG und er oder was, oder wie? Ja, STRG, er. Ja, STRG, er. Kommt gleich einer raus oder kann ich gleich so reinfahren? Äh, ich... Ich und Thibaut komm gleich raus. SRG, ja. Das dauert doch noch, oder? Äh, nee. Ja, ja doch, komm rein. Okay, Gott. Na, jetzt schon da bin und... Junge, sieh, wie es bleibt doch mal irgendwo stehen, der fährt, das fährt, das fährt, einfach hoch und runter durchgehen. Soll der Scheiß. Daran merkt man, dass sie nur Amateure sind. Ja, ich bin da zu selber reinfahren. Ihr müsst reinfahren, Ibo, oder? Warum können die jetzt mal bitte aufhören zu streiten? Ach so's? Ach nix. Was, ich bin nach vorne und nach vorne. Ich mach auf der anderen Seite. Ja, äh, äh, ja, warte. Piep, 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 piep. Ja, das ist auch mal wieder Häcksel. Ich bin froh, wenn die Häcksel-Saison vorbei ist und es auf den Winter zu geht. Also dann ist echt dieses Gejage, diese 2000 Hektar, was man am... Es gibt Gas. Es gibt doch schon Gas. Ich freu mich, hä, ich find das irgendwie blöd, dass es für LS kein Winter-Mod gibt, dass wir Schnee schieben oder so. Ja, aber das ist echt schon, das gehört, das steht auch an den Sternen. Das gibt es sicher bei LS 18. LS 19, 1, 2, 1. Ich freu mich schon auf LS 38. 2038, alter. Ja, Alter. Da ist aber noch ein bisschen hin, ne? Ja. Paar Jahre. Aber nicht nur du hast gesagt, dass das dann bei dem ich, sondern auch ein Freund von mir hat das gesagt, dass es bei dem hier ist. Ich hoffe nicht. Was ist mir los? Ja, also ich glaube, lange Wartezeit. Dann können wir uns mal hier hinstellen, wenn wir das so leuchten. Wiese Reich oder... Wie habe ich die Reich? Ja, ich fliege noch weg, bis jetzt. Ach, herrje, drei Wagen vor uns, das kann ja dauern. Ja, okay. Drei Wagen. Fahr weg nach der Reihe, Kevin. Dann können wir ja Pause machen. Kannst jetzt so abhauen, ich finde mir jetzt ganz dran. Ich bin gerade der Kran. Ich habe hier wie am Schnürchen am Hochschirm. Was ist jetzt neben mir? Was gibt es denn, was gibt es noch? Vieles. Ja, das ist so. Ähm, Lukas, mach mal so, dass... Halt dich schön fest. Mach doch auch. Ja, ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Das wird zu Sicht. Ja. Jetzt, wir fahren gleich andere Seite, okay? Ja, können wir machen. Und wie viel... Wie viel Hektar hast du schon auf deinen Trecker? Was, wie viel Hektar? Ja, wie viel Hektar hast du schon gefahren bist mit dem? Äh, genug. Oh. Geil, guck dir mal meinen Trecker an. Schön für dich. Biest. Was hast du denn da? T7 oder was? Nee, T6. Aber total geil. Ich gucke dir den mal an. Den führt mich. Schönen blinken auf. Ich glaube, das ist das putzig, das kleine Ding und dann der so große Wagen hinter dir. Aber der zieht richtig. Ja, das glaube ich. Und warum sind wir jetzt so viele Abfahrer? Das ist ja verrückt. Ja, weil Sibi erst walzen wollte und danach... Würde ich doch noch einen zweiten Hektar kommen, oder? Nee, 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 nee. Für diesen Fällen lohnt es das nicht mehr. Ja, dann lass doch nicht zum nächsten. Dann lass doch es zum nächsten. Ja, auch nur noch ein anderes Feld, oder? Ja, dann lass doch ein Feld, oder? Auf elfmalen, äh, Leute, neben der kleinen BGA haben wir... Ja, was, warte, das ist... Welt... Junge, wir können hier ganz... Welt 1, 2, 1. Das auf Welt 1, 2, da machen wir das noch mal. Hey, warte noch mal, bis ich das hier nicht ein bisschen weniger ist. Komm mit. Seit nächster vierzeichen. Ich war kurz, mal kurz, mal bald, ich fahre, ich fahre, ich fahre, die Stoppel vor die Oben. Ich hoffe, das kriege ich hin. Oh, hier, guck mal, hier, Zauberrei. Ähm, das bleibt ja auch schon treffen. Welche Stoppel? Welche Stoppel bloß? Dann lass doch jetzt das Feld 1 düsen und dann da weitermachen. Warte, noch einmal Feld 1? Soll ich dann auch noch mit dem zweiten Hexer kommen, oder? Nein, ich bin ja auch noch nicht. Warum haben wir alle ab? Ja, wir wollen ja, wir haben nur ab, warum? Ja, ich bin 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 ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Aber du kannst... Hey, hey, warte mal, warte mal, warte mal. Ey, warte, ich muss das so machen, sorry. Aber ich hab so ein bisschen schlechtes Hunde. Kann ich so drauf fahren, weil ich schaff das... Ja, nicht verpassen. Warte mal. Immer schön gerade fahren. Ja, kann ich nicht mehr fahren. Ja, dann fahr so rum. Mal eben kurz über Funk. Falk, ich sag nur gleich, bei der Astfaltstraße, ne? Knall da nicht so hart drüber. Sonst sind die Reifen weg. Ja. Du musst nimm das andere einfach so mit. Oder pack einfach zu und ab zwischen. Ich hab auch keine Lust zu fahren, ne. Zack, in Plattform, zack, weg. Oh! Sind wir schon hier? Ach, du, ach du Heiliger, jetzt wird's witzig. Jetzt wird's witzig. Drei Abfahrer auf einmal. Gleich vier, Alter. Sind wir schon da, oder was? Ey, wir müssen noch durch, wir müssen noch durch die Panzerstraße. Und dann noch durch die BGA. Panzerstraße. Danach müssen wir noch durch die BGA. Das, äh, Falk, du musst mal mit Main-Träger... Ey, der ist aber cooler Weg hier, den mag ich. Main-Träger bei dem Weg fahren, mit der... Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Äh, einfach den Weg zu hoch, dann kommt so eine Sandkarte. Einfahrt. Ey, normalerweise muss der Hexlerfahrer das wissen. Und wir müssen normalerweise die Blöden sein, die fragen, wo ist der Weg. Also sowas zumindest ist in echt. Okay, heute ist es mal andersrum. So, ähm, ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen leider aber bald zum Ende kommen. Ja, aber bis zum anderen Feld, da kriegen wir doch mal hin, ne? Ja, hinfahren, bis... Hinfahren können wir, und dann müssen wir aber leider schon zum Ende kommen. Ach, weil, ja, ich kann ja schon mal ein bisschen was erzählen. Ihr könnt ja gerne wieder in die Kommentare schreiben, könnt gerne wieder einen Daumen nach oben lassen. Ähm... Ja, wir bedanken uns für 2000 und irgend, also 2000, etwas über 2300 Abonnenten haben wir. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei euch und hoffen, es macht noch weiterhin viel Spaß, auf unserem Kanal zuzugucken. Und wir, denke mal, werden noch viel mehr, viel Spaß haben mit LS15 bis zum Ende, ich denke mal, ne? Also LS15, das ist ja, ähm... Das geht ja bald, sag ich mal, zum Ende zu. Wir werden auf jeden Fall auf LS17 umsteigen, also das wird auf jeden Fall kommen. Lass mich mal voll machen, wenn ihr annehmt. Dann gibt es auch LS17-Folgen von uns. Ah! Und vielleicht Catelyn Croft. Ich fahre genau 15. Ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen, hoffen, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei LS15. Jopp. Tschüss. 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 Tschüss.